Viele Autos werden äußerst schonend gefahren. Andere unter verschleißfördernden Stress gesetzt. Manche könnten daher später, andere müssten früher gewartet werden. Trotzdem sollten alle nach Schema F zur Inspektion. Nur BMW bietet die Serviceintervallanzeige, die vom Service nach Norm befreit. Am Motor werden ständig Temperatur und Drehzahl gemessen, dazu die Zeit und die Laufleistung. Ein Mikrocomputer errechnet individuell die Belastung und zeigt den nächsten Servicetermin genau an. Bei schonender Fahrweise kann das erheblich später sein. Ein entscheidender Fortschritt zu noch mehr Wirtschaftlichkeit. Die Serviceintervallanzeige gibt es schon beim BMW 3er, dem Automobil, das in der kompakten Spitzenklasse nicht nur technologisch seinesgleichen sucht. Wieder ein Beispiel für Automobiltechnik von morgen, die man heute schon nutzen kann. Bei BMW.